Hallo Leute, willkommen zurück zu einer vierten Folge Let's Play von Outlast. Ich bin der Spielfriese und neben mir sitzt mein Kumpel André. In der vorigen Folge haben wir mit Mühe und Not die Pumpen eingeschaltet und wurden öftere Male von diesem Pflegefall attackiert. Und in der ganzen Panik haben wir den Riss in der Wand nicht gefunden. Aber jetzt sind wir soweit, wir haben die Pumpen und den Stromgenerator angeschaltet und jetzt geht's weiter. Was ist er denn für einer? Der lag auf dem Boden, erst. Ich glaube, du musst wieder zu dem Kontrollraum. Eine Spritze. Ich glaube, du bist so, ich bin so, ich wollte das machen, aber du kannst nicht gehen. Du kannst noch 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 nicht gehen. Du kannst es sehen? Du kannst es sehen? Du kannst, unser König, der Wallrider, erzählen seine Wahrheit zu den Unglauben. Das war, glaube ich, dieser kleine Doktor, Alter. Mhm, ich glaube auch. Ja. Ladebildschirm. 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 Ja, richtig, vermischt. Warte mal rein. Okay. Okay. Gummietseller. Rest in peace. Ich glaube, du solltest das so kommentieren. Ich glaube, der ist ein bisschen durch den Wind. Ich glaube, du solltest das so kommentieren. Ich glaube, du solltest das so kommentieren. Ich glaube, du solltest das so kommentieren. Ich glaube, ich möchte. Ich glaube, du solltest das so kommentieren. Ich glaube, du solltest das so kommentieren. Pimmels, ja, den Pimmels. Ich glaube, das muss zensiert werden. Eure Eltern sind Geschwister. Bestimmt, Alter. Komm her. Sie sehen, wie du einen Geist gesehen hast. Tja, nicht nur ein Gespenst. Wir haben bis jetzt Sachen erlebt und übelst uns erschreckt. Das ist ein Dettel. Das ist ein Dettel. This place, Billy understood, they've always been here and will be back more warm sleep. Flavie ist so eingesperrt. Echelig, was that could be? This sound? Man, some people sing like Kollong, right? WALTER, JUNGE! Kuckuck! Hallo, Püppchen! Boah, Alter! Boah, Junge! Ich glaube, ich traue heute noch ganz schlecht. Ja. Vor dem Rollstuhl habe ich mittlerweile Angst. Was ist denn da ganz hinten? Na, da waren wir schon. Da war nichts. Ja, auch nichts. Die konnte ich nicht aufmachen. Was war da? Genau, da kannst du noch umgucken. Da ist auch nichts. Muss wieder nach oben, glaube ich. Und ich glaube, du konntest das oben noch weiter dokumentieren, deine Kamera, wo du drin warst. Ist denn da immer noch? Ja. Ja. Hier ist mein Blatt, wenn sie raus wollen. Ich fühle mich. Hier ist ein Lachfass. Hier nochmal in dein Zimmer. Okay, gut. Was müssen wir jetzt machen? Hier komme ich nicht weiter. Hier ist ein Lachfass. Hier ist ein Lachfass. Hier bin ich nicht so weit. Step pues. Hier ist dein Board. Hier ist dein Sein. Junge, wo sieht es denn aus, man? Warum kann man sich denn da verstecken, das verstehe ich nicht. Ich glaube, deine Batterie. Oh, mein Junge. Oh, mein Junge. Oh, mein Junge. Was ist denn mit dir? Du warst nicht mit mir. Gott, mein Junge. Du bist ein Arsch, Alter. Poco Poco hat er gemacht, Alter. Der einzige, der krank ist, ist wohl er, glaube ich, Alter. Kannst du da nicht rüber? Ja, Mann. Warte aufpassen, bis ich auf der anderen Seite, wo die zwei Gaylord standen. Ich weiß ja nicht, was sie mit dir vorhaben, Alter. Wenn die da schon nackt standen, haben sie... Bestimmt. Dann hier. Bist du dir sicher? Ja, die standen da. Ich glaube, du kannst da lang. Die sind in meinem Blut, wenn sie raus wollen. Okay, jetzt gucken wir uns da mal. Hallo? Ach so. Pack mal die Kamera weg, du hast sie immer offen. Ich glaube, das verbraucht trotzdem minimalen Akku. Da kommen wir nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Du kommst von da. Du kommst von da. Ja, komm ich nicht. Hier noch. Zuholen. Batterie. Ich weiß nicht. Drei, hier. Drei, hier, hier hinten. Okay. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Wir werden wieder nach 4 Uhr unsretendes sein. Er hätte was aufgehoben, André. Da standen die 2G-Lords. Okay, und da stand der, der den Arsch genuket hat. Erfolge den Blutspungen zum Ausgang. Das ist hier erstmal... ...gereunig, oder wie man sowas nennt. Hier ist da unter der Treppe was. Ich glaub da liegt ne Batterie, ja. Hier ist es nicht so gut. Hier ist es nicht so gut. Hm. Hm. Wir hören dich an. Hm? Mhm. Oh! Already even documented. Ich glaube, du hast einen Touchblenden. Ja, was war das? Vater Martin, Fingermaler. Betreff Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Archimbaud. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mir mit ihnen wegen der Einstellung der Kunstprogramme in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaud hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine Schizoaffekte Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Merkhoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll, Dr. Nils Wolfram. Okay. Zoom mal wieder weiter zurück, du bist voll nah. Ich kann da lang, ich kann da lang. Oh, da läuft man da rum, Daz. Oh, oh, der ist böse. Geh mal andere Seite hin. Was ist da denn noch? Was ist da denn noch? Was ist da denn noch? Was sind da? Das waren Erfahrungen. Was sind das? Das waren Rituals. A Conjuring. A Conjuring. Okay, da ist nichts mehr Besonderes. Sehr gut. Wie gesagt, wenn du die Kamera wegpackst, bist du schneller und fixer. Ich mag ihn, dass ich weit stehe. Ich muss in den Raum rein, wo er ist. Oh, ich finde nicht. Ich glaube, da ist irgendwas. Der tut jetzt noch nichts, aber ich glaube später. Oh, verdammte Scheiße. Ich weiß nicht, was du zurückkommt? Merkhaus, das ist ein Mensch. Ich will dir etwas tun. Ich weiß nicht, was du schuldigst. Okay. Sollen wir den auch noch an der Backen, oder? Du kannst noch in den Raum, wo einer da stand. Ich glaube, der tut dir nichts. Da vorne läuft er, oder? Er ist schon weg. Entweder ist er weg, oder er ist da reingeladen. Dann wird er gar nicht lang. Pass auf. Er kommt ihn nicht so nahe. Du sollst ihn nicht so nahe kommen, der tut dir so nix. Oh. Da lag ne Batterie im Schrank dahin. Lägt da noch eine? Oben weiter. Oh. Anderes Regal. Okay, gut. Aber der ist ja gar nix besonderes. Wie machen wir das denn jetzt? Wie holen wir den Typen da denn jetzt raus? Pass auf, kann sein, dass er nur da vorne steht. Die Tür ist auf. Hä? Da ist ein Schalter. Ja. Da lag noch was. Da auf dem Rechner. Ey, da ist nur das Schild. Achso. Barcode. Da ist was. Zurück das und dann versteck dich erstmal einspänt. Voll aus dem Blut. Das sieht ja ganz toll aus. Man kann ja nie wissen, was da kommt. Sehst du? Schon wieder. Jetzt haben wir diesen kleinen Scheißhaar noch wieder hier. Entweder haben wir verdammt viel Glück oder der macht mit Absicht immer den verkehrten Schacht auf. Ich weiß es nicht. Vorsichtig. Jetzt ist es zu spät. Renn einfach nicht vorbei und dann ab in die Luftschleuse. dann ab in die Luftschleuse. Dann ab in die Luftschleuse. Mh. Du musst so zu spät so rein. then ab in die Luftschleuse. Wie gesagt, du hast die Schleuse jetzt aktiviert. Wenn wir jetzt eine Laufroute wissen, ne? Genau, und da ist die Luftschleuse. Ja, Leute, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Outlast. Wie gesagt, eine angenehme Nacht. Wir werden jetzt schlafen gehen und morgen geht es weiter.